unsere hunde sind gerade raus gekommen und jetzt ist das alles sehr sehr aufregend ist gut ist gut ganz feine seid ihr ja so sieht es dann aus wenn sie nach dem auskommen und wenn natürlich unsere runde davor stehen und auch rum bellen und mein king zu sein es ist logisch dass die mitmachen stünde aus ist gut ja das ist erstmal wenn sie ankommen kommen sie meistens wenn das wetter mitspielt erstmal raus damit sie erstmal ankommen können faine moeser Vielen Dank.